Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir wollten natürlich hier uns weiterentwickeln, wollten einen Sieg davontragen und es lief natürlich von Anfang an nicht gut, wir sind direkt im Rückstand geraten, haben unsere freien Chancen nicht genutzt und sind gar nicht ins Spiel reingekommen und dann wurde es halt schwer, weil die Serben haben auch einen guten, schnellen Handball gespielt und wir haben es irgendwie nie geschafft, so richtig eine kompakte Abwehr zu stellen und dann uns eben so leichten Tore zu machen.